Musik Willkommen zurück Nach 5 Minuten mit diesem Typen Allein im Zimmer Bin ich langsam ein bisschen kirrig geworden Jetzt mal ehrlich Das ist Ungefähr Mindestens 99.000 mal den Satz Das ist ein großes Casino Ich wollte ihm auch schon 99.000 mal sagen Ich stecke dir das Casino gleich in den Arsch rein Kollege Aber was soll's Dafür werde ich schließlich Noch bezahlt Pay to use So, dreh dich um du Penner Okay Ähm, ähm Wupp, 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 wupp Da ist er ja Kollege So Jo, jo, nö Schmeckt gut, wa? Oh, das ist Das schmeckt doch Ich weiß gar nicht was der hat So, der ist tot Tot Auf zum nächsten Opfer Alles schon bereitgestellte Opfer Okay Ähm Hi Sie, raus hier Okay Bis dann Der hat mich rausgeworfen Eindeutig Okay, der mag mich nicht Schade Wir hätten auch Die besten Freunde werden können Das heißt, äh Das Wochenende zusammen verbringen Äh, während des Urlaubs Angelausflug Ähm, ja Ab und zu mal In eine Bar Was trinken gehen Aber naja Da will mich natürlich Mal wieder loswerden Das ist normal Daran hab ich mich Langsam schon gewöhnt Aufzug rufen So Ab ins Siebte Stockwerk Jetzt kletter ich Eben schnell durch die Luke Stelle den Koffer hier ab Und ja Da ist er sicher verwahrt So Sesam Öffne dich Alles klar Okay, okay, okay Äh, ja 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 Nicht hingucken Völlig normal Dass ich hier bin Ich bin der Hausmeister Im Anzug Frisch Von Der Wäscherei Ne, frisch geschneidert Ich hol mir keine Wieder gewaschenen Teile Ich hol mir nur Das neueste vom besten Verdammt Das neueste vom neuesten Was ist das? Ein rotes Knöpfchen? Ach, draufdrücken Jetzt geht's hier aber los Du Alles schnell raus Hier Ja Ach, du Pfeife Mein Gott Gott Der Der war ja unglaublich Muss ich schon sagen Ähm Ja, okay Dann muss man eben kurz die Waffe Und stecken sie wieder an Alles klar Wenn ihr jetzt denkt Ja, was soll das? Wir sind doch hier Um leise zu töten In dem Fall würde ich sagen Je lauter ich bin Desto leiser wirklich Ich denke ich Oder so in der Art Ja, ja Na ja, die kommen gleich wieder War ja nur ein Feueralarm Die Bubis aus der Nachbarschaft Mal wieder, ne Streich gespielt Das passiert hier andauernd Was gibt's? Ähm Oh Leute Kommt doch ein bisschen schneller Guck mal Die rennen weg Aber wieder zurückkommen Immer so langsam, ne Bin sportlich Ich erwarte doch nur einen Profi-Mörder auf euch Wir haben Zeit Wir haben Zeit So Okay Ähm Einen kurzen Wachwechsel Der Typ kommt jetzt hier rein Okay Ja, ja Ich schlepp ihn eben kurz ab Hier rein Ah, die Klappe Ich nehme schon mal Die Klavierseite heraus Keine Angst Es wird kurz und schmerzlos So Wer kommt jetzt hier rein Das war aber ein Grafikfehler Du